hallo und herzlich willkommen zurück zu anno 1701 history edition aus der history collection ja unser schiff ist gerade dabei treibt zusammen ein mitspieler und ein fremdes volk haben nun einen handelsvertrag miteinander und schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr in der minute oder auch schiff wo ist schiff warum ist das schiff nicht angewehrt auf der brücke komm her eine minute schafft es das schiff warte auf anweisung ist mir egal wie wir gerade geld verlieren schade dass hier niemand interesse an einem kleinen nebenverdienst hat doch hatte ich aber du hast nicht warten könnten ja sagt muss man so so gut dann würde ich sagen wir bauen uns direkt eine holzverlöte hier so am rand musste ich hier eigentlich noch auf wege achten ich glaube nicht mehr ach so das legbausystem war ja so ein bisschen komisch ja das war ein bisschen merkwürdig ich würde sagen wir sagen wir haben zwei drei holzverlöten erstmal stimmt ich konnte nicht klicken und ziehen sondern ich muss klicken und dann erst zu ziehen und dann ja es war ein bisschen merkwürdig bäume haben wir gepflanzt jagdhütte ich würde sagen wir machen erstmal ein fischer ein direkt neben dran warum nicht so und dann brauchen wir waren das hier auch markthäuser in range von dem kontor genau so und dann würde ich ganz gern hier drüben anfangen das dorf zu bauen ein fremdes volk oder mitspieler haben einen handelsvertrag geschlossen so lange alles friedlich ist super unser schiff ist unterwegs dann sofort losgehen unser schiff ist unterwegs ich finde es auch in der nähe dass du kollege hier verkaufst werkzeug ich kann eigentlich mein schiff komm mal her kurz es werden wir brauchen ich möchte kann diese insel hier auch glaubt besiedeln direkt ich weiß übrigens nicht ob das gut ist was wir jetzt als starbeinsel haben dorfzentrum ein dorfzentrum ich glaube es kann ich ein stück war darüber bauen das brauchen wir wir dings habe ich ja auch irgendwo ach so das war hier so nah hier kann ich abreißen erst mal ein bisschen das ganze plan machen dann haben wir hier okay wir haben nur wege wir können es aber auch darum alles ist ein bisschen machen wir doch mal wir haben häuschen haben was in ihrer siedlung fehlt es an gemeinschaft ja dorfzentrum wollt ihr halt na ja wo ist man da hin zwischen zwei ihrer mitspieler besteht nun ein handelsvertrag so dann machen wir da einen weg drumrum und dann brauchen wir natürlich noch mehr häuser wir haben kein holz mehr das ok ach so hier hat sie gezielt ok interessant die haben sich einen dieselbe in aber ich glaube wir brauchen ich glaube wir haben doch eine ganz gute ich glaube man braucht man anfangen ich glaube das war doch eine gute entscheidung ich habe zuckerrohr ist alternativ ganz gut aber ich weiß es einfach nicht mehr handeln stehen weitere gebäude zur verfügung es ist schön mit euch geschäfte zu machen ja danke das bisschen werkzeug nämlich sich mit und ich glaube ich fahr das erste mal zurück glaube ich war erst mal zurück pionierhaus so ach so ich kann ich kann steuern wieder hoch treten oh geil jetzt kann ich wieder stoffe bauen scharfarmen und stoffe ok die insel ist doch größer wie ich gedacht habe es hat irgendwie sich kleiner angefühlt dafür brauche ich aber auf jeden fall noch auf der gleichen höhe höchstens kann bauen oder wegen mir hier so 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 ist mir erst mal egal so ich muss es anders machen ich muss zählen wie die häuser sind die sind immer zwei ne 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 hierher auf das passt jetzt weh das passt nicht weh das passt nicht weh das passt nicht wie ich ursprünglich wollte aber wollt ihr mir nicht ein kleines geschenk machen ja seid ein schatz warum nicht noch warum denn nicht kapitän auf der brücke ähm die bevölkerung eines mitspielers hat die nächste zivilisationsstufe erreicht kapitän auf der brücke jo ähm wird ausgeführt ich hätte ganz gern was ist denn dein problem internes lager ist voll achso ihr habt nicht genug abholmöglichkeiten ne 1 2 3 achso es waren 3 ok ja das ist aber ok hat ja trotzdem gepasst irgendwie ein schmied füllt die werkzeugvorräte in ihrer siedlung auf ah gut das finde ich aber nett ich kann ja dann sofort regelmäßig zu euch ein fremdes volk und ein mitspieler haben einen handelsvertrag geschlossen ja alles klar holzvorräte werden richtig gut gewesen aber werkzeug nehme ich natürlich auch kostenlos also immer werkzeug nimmt man immer kostenlos in anno egal welches anno haha ja wir können ja hier so wir bauen ihr seht ihr schon letztes anno wo ich es abgeschlossen habe hab ich gesagt ja aber ich baue da hier vielleicht anders oder so ja ihr seht schon ich baue anders ähm ich baue jetzt äh andere von den abmessungen her anders keine ahnung ob das sinn macht so aber hey unser schiffchen es kann sofort losgehen eine insel wurde entdeckt mhm 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 alter die hat schon türme und so einen scheiß wir sind halt so so langsam aber das ist okay ich werde hier mein eigenes tempo spielen ähm und ich werde hier sehr langsam sein am Anfang das Problem ist nur dass wir ein Flughäuser vielleicht soll ich noch mehr Holzfäller bauen aber eigentlich habe ich gedacht es reicht erstmal 3 ich glaube auch nicht dass das Problem die Holzfäller sind sondern tatsächlich äh die Markkaren die nicht schnell genutzt sind weil das Lager bei ihm ist ja voll wenn jetzt Lager voll ist es nie gut also für ja ihr wisst schon kann ich das so bauen dass ich nicht noch eins brauche wahrscheinlich nicht ich werde sowieso nochmal eins brauchen so so dann schauen wir mal dass wir wenigstens das meiste mit rein nehmen actually brauchen wir vielleicht auch nicht nochmal eins so so wir sollten die Leute auch erstmal sich vermehren lassen bevor wir die Steuern hochdrehen gibst du mir hierbei ein wenig Rückendeckung ja das ist wahrscheinlich hier nah ich habe ja ihre Hauptinsel nicht mehr gefunden ich habe ihre Hauptinsel nicht mehr gefunden ich habe ihre Hauptinsel nicht mehr gefunden was ist das hier ihre Hauptinsel was gibt's diese Info-Dinger hier nerven mich auch jo alles gut ich würde ja mit ihr jetzt Handelsvertrag nee behalt deinen Krempel auf mich kann man sich verlassen wie steht es mit euch ja kann ich mich nicht einschleimen bei den einen schönen Tag 1404 glaube ich die ältesten erwarten deine der Tonka wird dich anhören auf mich kann man sich verlassen wie steht es mit kann es sein dass ihr ein wenig wir können uns nicht um all eure Probleme kümmern ja ich bin neugierig im Namen des Kaisers ihr dürft sprechen ja macht ihr mal ich glaube entweder ja Hauptinsel wird wahrscheinlich hier sein oder so außer gut dass wir da nicht hingegangen sind um die Siedlung um uns da irgendwo anzusiedeln ne Kapelle ne wir machen erstmal Schafharm ähm ja ich frage jetzt nur mit der Lehmgrube ob das so der Schmied ist wieder abgereist schade der würde ruhig endlos hier bleiben können wegen mir wenn ich euch ernst nehmen soll müsst ihr euch mehr anstrengen ja da gebe ich dir sogar absolut recht momentan da gebe ich dir absolut recht ich glaube nicht mal dass ich die verbinden muss ich glaube ich brauche nur eine Webstube ich habe da einen Auftrag der wäre wie für euch gemacht ja den gucke ich mir auf jeden Fall gleich an Land in Sicht ich glaube wie gesagt nicht dass ich das hier anschließen muss aber ich kann es trotzdem mal anschließen Honig 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 ich weiß dass man für später irgendwas Honig brauchte wo ist das Schiffbrüche hier? hier irgendwo naja das ist unser Schiff sowieso gerade mein Freund äh hier hierher Schiffbrüchen auf gehts wir sind immer noch negativ bei der Wey das ähm muss ich jetzt nochmal äh äh ganz schnell ähm nochmal zwei Häuser bauen so dann dürften wir gleich positiv sein oder zumindest boah geil boah geil wir sind so insane hier in dem Game und so laut oh mein Gott ich muss ganz weit weg okay ich warte eigentlich jetzt auf das der Vulkan richtig fett ausbricht eigentlich eigentlich riecht der Vulkan riecht sich fett aus komm ach komm jetzt bin ich die ganze Zeit ich bleibe die ganze Zeit auf das war's schon ach komm das war ja fast langweilig ja ja gut oh sie ist wieder weg hier ne das kann sofort losgehen hä hä warum ich verstehe es nicht ganz muss ich ihn schaffe ich das überhaupt wie schön dass ihr uns einen besuch abstattet das ist nicht er willkommen im namen des kaiserreichs er ist er nee er ist Ramirez erster Händler ich sag doch die ganze Zeit ist irgendein falsches anders sein aber ich bin so confused gewesen die Siedlung eines ihrer Mitspieler hat sich weiterentwickelt wow das hat er schon einen Burger ja Burger ah ist natürlich doof aber wir sind immerhin positiv und äh wir haben ein bisschen Werkzeug noch dass wir könnten theoretisch noch eine Kapelle bauen schön ihr habt dabei worum ich euch gebeten habe die Siedlung eines ihrer Mitspieler hat sich weiterentwickelt kann ich die Quäste jetzt abgeben bitte ich verstehe es nicht ach so Stoffe wir nehmen Stoffe wunderbar ihr habt euch die Belohnung redlich verdient der Händler spricht von euch in höchsten Tönen ihr wisst wie man guten Profit machen warte auf Anweisung das gefällt denen alle das finde ich gut fahrt aufnehmen das gefällt denen das finde ich gut so wir könnten ja ne wir bauen glaubt man einen Fischern zweiten das mal ja ich weiß gar nicht mal wie sieht das aus Warenübersicht Werkzeug Fisch geht hoch ok Werkzeug geht runter ist klar Einkauf passiv einen Verkauf brauchen wir aber gerade noch nicht so wir können die Steuern hochdrehen habe ich nämlich nicht aufgepasst aber wir haben ja ein paar Stoffe treffe wir brauchen eigentlich nur eine Kapelle dann können wir tatsächlich schon Siedler machen dann würde ich sagen nächste Folge ok pass auf das ganze Zeug hier oben mach ich nochmal wieder weg äh machen wir machen wir direkt unsere ersten Siedler das geht schneller wie ich gedacht habe in dem Game hier das ist ich da ja genau haut rein bis zur nächsten Folge tschau tschau